Da kam mir der Gedanke, ich könnte mir doch eine Puppe schnitzen. Und zwar eine aus Holz. Pinocchio, mach schon. Sag irgendwas. Papa! Habt ihr gehört? Ich habe einen Sohn! Von heute auf morgen? Nicht doch von heute auf morgen. Nein, von jetzt auf gleich. Erst das eine, dann das andere. Wenn du es so machst wie ich, wirst du in ein, zwei Tagen... Pinocchio! An mir in die Mitte wie wir. Wer bist du? Pinocchio! Wir vergraben die Goldstücke, sie wachsen und wachsen zu einem Baum mit vielen Goldstücken. Ich wurde bestohlen! Werf die ins Gefängnis! Wieso? Ich bin unschuldig! Wieso wird meine Nase länger und klinger? Schhh! 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 Madame et Monsieur! Applaus für unseren Esel Pinocchio! Hilfe! Papa! Pinocchio! Wieso ist sie so groß? Das ist ein Geheimnis! Ich will keine Holzpuppe mehr sein. Sondern ein ganz normaler Junge, wie die anderen. Ich bin下 found zu doen. Ich bin kein Fantasin. Immer singen dir? Untertitelung des ZDF, 2020